Ich bin Ars Dubler, ich bin Pianist, Jazzpianist, ich lebe in Köln, das auch schon seit einigen Jahren. Bin ein halber Isländer, das ist ja vielleicht für unser Thema hier wichtig. Meine Mutter ist Isländerin, wohnt aber schon lange in Deutschland und genau deswegen beschäftige ich mich gerne mit isländischer Musik. Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich bin Stefan Karl Schmitt, Saxophonist, Klarinettist, komponiere auch sehr gern und lebe auch wie Lars in Köln. Bin auch halber Isländer, bei uns ist es fast genau das gleiche. Auch meine Mutter ist Isländerin und auch diese Thematik hat uns so ein bisschen als Duo zusammengeführt sozusagen. Es gibt ja nicht so oft, dass man in der gleichen Stadt lebt und einen anderen Halb-Isländer noch als Musikerkollegen im fast gleichen Alter auch noch hat. Genau. Ja, ich unterrichte auch noch an der Musikhochschule in Mannheim und sonst bin ich freischaffend als Musiker tätig von Köln aus. Überall, gerade im Moment nicht so viel wie viele der Kolleginnen und Kollegen. Aber ansonsten sind Lars und ich natürlich auch viel unterwegs und spielen viel mit verschiedensten Projekten, nicht nur in unserem Duo. Unser Duo gibt es schon länger. Aber genau, wir haben auch viel auch schon in anderen Projekten zusammengespielt und haben beide unsere eigenen Projekte und so weiter. Genau. Ja, mich inspiriert hat mich vor allem, für mich ganz wichtig, war mein erster Saxophonlehrer. Das war in Bad Dürkheim an der Weinstraße, wo haben wir gewohnt, meine Eltern und ich und mein Bruder. Und da bin ich in die Musikschule gegangen und mein Saxophonlehrer da war meine erste große Inspiration und hat mir den Jazz so ein bisschen näher gebracht, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und ganz entscheidend war dann eigentlich das Landesjugend-Jazz-Orchester. Es gibt ja in jedem Bundesland solche Landesjugend-Jazz-Orchester, die eine sehr schöne, sehr gute Förderung, Jazzförderung betreiben. Und da bin ich dann so richtig auch mit Gleichaltrigen in Kontakt gekommen, die ein Fable für Jazz hatten, was man sonst in der Schule bei mir überhaupt nicht gefunden hat und so. Und dann ist man plötzlich, hatte man da Kontakt zu Gleichgesinnten und das hat sehr großen Spaß gemacht und hat dann inspiriert und dann durch das ganze Umfeld mit den Dozenten dort und was man alles da mitbekommen hat, hat man sozusagen die Möglichkeit dann gesehen, okay, vielleicht ist es ja was, Musiker zu werden und sich mit dieser Musik als sein, ja, als Lebensaufgabe zu beschäftigen. Und ja, so kam das bei mir. Ich habe auch lustigerweise auch eine Musikschulgeschichte, das war, da war ich vielleicht so sieben, acht, da war ich mal bei so einem Tag da auf einer Tür an der Musikschule und da hat eine Big Band gespielt. Das war das erste Mal, dass ich eine Big Band gesehen habe und das war jetzt, das erzähle ich jetzt nicht nur, weil das vielleicht zum Thema passt. Und das war wirklich so, da hat man natürlich diese große Band mit 18 Leuten, ich weiß nicht genau, wie die Besetzung war, aber die haben dann angefangen zu spielen. Und ich habe besonders das Baritonsaxophon wahrgenommen und habe einfach gedacht, was ist denn jetzt los? Die Wikinger kommen, das war wirklich so mein Gedanke. Das war das einfach, das hat mich so weggeblasen, hat euch durch die schiere Lautstärke und dass ich einfach dachte, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Das war wirklich offensichtlich meine erste Begegnung mit Jazz und das war so eigentlich das erste Mal, dass ich so für Musik oder diese Besonderheit für mich von Musik empfunden habe. Dass das jetzt mehr ist als nur das, was vielleicht jeder kennt, wenn er dann irgendwann Teenager ist und Musik hört. Und wir sind dann nach Bonn gezogen und dann hatte ich in der Schule, also ich hatte meinen üblichen Bildungsbürgerklavierunterricht und da war in der Schule bei uns einer, der hatte Klavierunterricht bei einer Frau, die in Köln an der Musikhochschule studiert hat. Und dann habe ich gedacht, okay, nach zehn Jahren Klassik könnte ich auch vielleicht mal ein bisschen Jazzunterricht nehmen, mal gucken, wie es mit den Wikingern da wirklich ist. Und bin dann zu ihr hin und da habe ich dann direkt in der ersten Stunde schon gedacht, so ja, das ist was für mich. Und ich habe auch ein paar Gleichaltrige dann kennengelernt. In Bonn gibt es die Jazzgalerie oder die gab es mal, das war ein Jazzclub, das war dann immer die Session sonntags und da haben wir dann immer gespielt. Das waren dann so Leute, der Nils Wilker zum Beispiel, der Trompeter oder der Bruder vom Till Brönner, der hat Schlagzeug gespielt, der war dann auch mit dabei. Das waren dann so Leute im gleichen Alter, ein bisschen jünger. Und dann sieht man natürlich Musik nochmal ganz anders, wenn man jetzt nicht immer zu den Älteren geht, sondern halt mit seinen Peers auch mal ein bisschen Musik machen kann. Neben den üblichen Sachen, die man so macht in dem Alter. Und genau, bin dann nach Köln an die Musikhochschule gekommen, auch Landesjugend Jazzorchester NRW. Das waren so wirklich auch sehr große Einflüsse. Und gerade im Landesjugend Jazzorchester habe ich noch sehr viele Leute, mit denen ich heute noch regelmäßig Musik mache. Und das ist wirklich eine sehr schöne Einrichtung, die es da so gibt in dem Bundesland. Da kann ich ja eigentlich mal wieder die Geschichte erzählen, wie es aus meiner Sicht war. Stefan war Jahre jünger als ich und ich kannte ihn jetzt noch gar nicht, als er nach Köln kam. Weil ich dann schon aus der Hochschule raus war und natürlich als Student am Anfang spielt man jetzt noch nicht so viel. Aber das ist das erste Mal habe ich ihn dann bei dem, und ich hatte dann irgendwann schon gehört, ja, da ist noch ein anderer Halb-Isländer. Und ich hatte den Namen dann schon gehört und ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich habe ich dich gegoogelt, um zu sehen, wie du aussiehst. Und habe dann beim Abschlusskonzertabend der Musikhochschule, habe ich dann mal geguckt, ob ich ihn denn finden kann. Und habe ihn dann auf Isländisch angesprochen. Was aber in meiner Erinnerung zumindest nicht ganz so zu der Reaktion führte, die ich mir gedacht hatte. Du hast eigentlich so reagiert, als wäre es das Normalste der Welt, dass da jetzt jemand kommt und dich auf Isländisch begrüßt. Und so, das war lustig. Ja, ich war natürlich total vorbereitet, weil ich genauso wie du ja wusste, ah, da ist noch einer der Lars-Dubler. Und ich hatte dich natürlich da als Jüngerer und eben frisch an der Hochschule hatte ich natürlich das ausgecheckt. Wer ist denn dieser Lars, der spielt so krass, der ist so ein guter Pianist und so. Und der ist auch Isländer und den musst du mal kennenlernen und so, der ist auch halber Isländer. Also deswegen war ich total vorbereitet und dann kamst du und dann war ich total stolz. Ah, der spricht mich jetzt an und das kann man vielleicht mal mit dem spielen und so. Das war natürlich der Gedanke bei mir. Wie lange ist das denn her? Das ist auch bestimmt schon zwölf Jahre her oder sowas, ne? Ja, aber pack noch ein bisschen was drauf, oder? Vielleicht, das ist eher so, wann war das so 2009? Ja, zwölf Jahre, stimmt eigentlich ziemlich genau, ja. Ja, 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 witzig. Also bei uns war es eigentlich so, dass wir, wir haben dann einfach uns hin und wieder getroffen und auch gemerkt und also aus meiner Sicht so sagen kann, dass das irgendwie musikalisch, dass das gut funktioniert und ich spiele total gern mit Lars und ich habe das Gefühl, wir passen da gut musikalisch zusammen oder die Ideen, die ich irgendwie habe musikalisch, die treffen da auf fruchtbaren Boden sozusagen und umgekehrt genauso und wir verstehen uns musikalisch und persönlich und zwischenmenschlich sehr gut. Und deswegen haben wir eigentlich über die letzten Jahre immer mal wieder was gemacht, aber tatsächlich in relativ großen Abständen. Also genau und aber immer wieder, immer wieder regelmäßig und neue Sachen ausprobiert, mal neue Stücke geschrieben, sich wieder getroffen, dann mal mit anderen Leuten zusammen eine Jam-Session gemacht oder sonst was. Und eigentlich einen kleinen Boost hat das Ganze jetzt sozusagen bekommen durch die, durch die aktuelle Corona-Pandemie, weil dann gerade am Anfang so die Möglichkeiten, die es noch gab, kleine Auftritte zu spielen, waren hauptsächlich dann für Duos, also einfach kleinere Besetzungen, weil man durch diese Hygienemaßnahmen und Abstände und so weiter in den Clubs dann nicht mehr mit einem Quartett auf der Bühne stehen konnte. Und dann haben sich viele Duo-Möglichkeiten ergeben plötzlich. Und da war das natürlich dann das Naheliegendste auch, ja, irgendwie, dass wir zwei wieder zusammenkommen und vielleicht das Ganze nochmal ein paar neue Stücke schreiben und ein bisschen kreativ sind zusammen und die Zeit nutzen, die uns jetzt zur Verfügung steht. Und dann haben wir verschiedene Sachen gemacht. Wir haben ein paar Livestream-Konzerte gespielt. Wir haben kleine Videos aufgenommen hier in Köln mit einem anderen Musikerkollektiv, was es hier gibt und haben auch auf einem Festival hier gespielt, dann was auch wieder gestreamt wurde, für das wir gefragt wurden, auch aufgrund dieses Duo-Settings. Ja, und das ist eigentlich ganz schön. Und jetzt haben wir auch für den DLF gerade eine Aufnahme gemacht im Februar und das wollen wir jetzt als CD auch veröffentlichen, sodass eigentlich durch diese unangenehme Pandemiesituation für uns jetzt das total fruchtbar war, sage ich mal, und wir die Zeit dann genutzt haben. Und es ist eigentlich sehr schön und es hat sich, finde ich, musikalisch auch jetzt irgendwie dadurch weiterentwickelt und macht großen Spaß irgendwie. Also das hat natürlich schon, oder eklektizistisch würde man vielleicht sagen, also das ist natürlich so, dass wir beide jeweils als Einzelmusiker da unsere Einflüsse haben an unserem Instrument. Wir haben uns dann natürlich durch dieses gemeinsame Thema auch über die Jahre, das hat sich auch ein bisschen verändert, was wir spielen. Wir haben angefangen mit, eigentlich mit Arrangements für Duo und Chor. Das war, glaube ich, so der erste Einstieg, wo wir das so ein bisschen konkreter gemacht haben mit der Zusammenarbeit. Da haben wir viel so isländische Volkslieder oder Kirchenmusik arrangiert. Das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, dass wir dann auch eigene Stücke geschrieben haben, die vielleicht vom Klang oder von der Haltung in das Programm passen. Da ist natürlich dann auch immer die Frage, das können vielleicht Außenstehende besser beantworten, inwiefern jetzt die Musik auch so klingt, als wären wir halbe Isländer. Und ich denke schon aber, dass man natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir angefangen haben mit isländischen Melodien, dass wir natürlich schon so eine Klangvorstellung gemeinsam haben, die wir in diesem Duo umsetzen möchten. Und wenn man jetzt ein eigenes Stück schreibt, das vielleicht nicht direkt isländischen Bezug hat, dass das natürlich in unserem Sound doch auch da reinpasst, musikalisch. Genau, also Rimur sind sozusagen, ist eine Gedichtform sozusagen, ein, wie sagt man, sind sozusagen Gedichte oder Rezitative, die der isländischen Sagenwelt entspringen. Aus dem 14. Jahrhundert kommt es. Und das ist im Prinzip so, ich meine, Lars, du kannst es besser erklären als ich. Aber es sind sozusagen wie Balladen, würde man sagen, im Deutschen. Genau, Texte, Geschichten, die vorgetragen werden, meistens von einer Person. Und es sind ganz einfache Melodien, die dann wie so ein Sprechgesang auch sind. Genau, und die nennt man Rimur, ist der Plural, die Rimur. Und genau, und damit kann man natürlich musikalisch sehr viel, das hat eine reiche Tradition in Island. Und es gibt einige auch aktuelle Musiker in Island, die diese Rimur wieder beleben und die benutzen, um Musik zu kreieren, neue Sachen zu schaffen. Und wir haben uns das auch als Inspirationsquelle genommen, weil es tatsächlich sehr, man damit sehr viel machen kann. Weil es nur diese, es gibt diese Texte, die natürlich dann einen Inhalt, eine Stimmung vermitteln, an der man sich orientieren kann, die inspirierend sein kann. Und zusätzlich sind diese kleinen Melodien, die unbegleitet vorgetragen werden, geben natürlich großen Spielraum, sie selber zu arrangieren, selber sie in einen harmonischen Kontext zu packen, der vielleicht gar nicht unbedingt so offensichtlich ist oder da nicht direkt dazu passt oder das in eine ganz andere Richtung transportiert sozusagen. Also es ist sehr inspirierend, damit umzugehen und bietet sehr viele Anknüpfungspunkte für die eigenen musikalischen Ideen. Und genau deswegen haben wir dem Duo auch so ein bisschen diesen Projektnamen gerade gegeben für das, was wir gemacht haben, um so eine gemeinsame Ausgangsbasis zu haben, um neue Stücke auch zu kreieren. Wir haben es bisher immer so gemacht, dass jeder sich was vorgenommen hat. Das heißt, wir haben jeder eine Anzahl von Stücken arrangiert oder eigene Stücke geschrieben, oder wo wir der Meinung waren, dass die in das Projekt passen. Und durch gemeinsame Proben entsteht dann schon so eine gemeinsame Spielhaltung, wo man bestimmte Dinge auch, die vielleicht ursprünglich auch mal für ein anderes Projekt konzipiert waren, wo die auch dann in unserem Sound ganz gut funktionieren. Es ist auch tatsächlich so, dass sich jetzt im Laufe der Jahre auch so ein paar Stücke rausgeflogen sind, die wir am Anfang gespielt haben. Die sind natürlich im Bandbook, wenn man es so nennen will, sind die natürlich noch drin. Wer weiß, die werden sicher auch nochmal auftauchen. Aber es ist auch schon so, dass man da vielleicht so eine Ahmengalerie fast schon hat von Stücken, wie es anfing, wo das jetzt gelandet ist. Ja, genau. Also der Prozess ist tatsächlich eher, also wenn du so fragst, eher individuell zu Beginn, dass jeder das für sich zu Hause im stillen Kämmerlein sich Sachen vorstellt. Und bei mir ist es jetzt zumindest so, auch in letzter Zeit, so gewesen, dass ich natürlich dann zu Hause komponiere und mir schon vorstelle und schon weiß, okay, ich komponiere das für Lars und für mich. Und dann schon so ein bisschen so eine Vorstellung habe, was Lars wahrscheinlich da machen könnte oder machen wollen würde. Und mit der Idee ich dann schon was schreibe. Und dann bringe ich es mit zu einer Probe. Und dann kommt es auch schon oft vor, dass ich das dann wieder mit nach Hause nehme und was dran ändere, weil mir Lars dann zum Beispiel irgendwas dazu gesagt hat oder so gespielt hat, dass es mich zu was anderem inspiriert hat oder ich eine Idee von ihm dann aufgreife und die dann mit einbaue. Und die Stücke sind so eigentlich in stetem Wandel. Wir spielen sie nie exakt gleich. Es ist immer, wenn wir es wieder spielen, entsteht was Neues. Und dann entwickeln sich die Stücke auch so weiter, weil natürlich auch der Improvisationsgehalt in den Kompositionen relativ hoch ist. Es ist nicht nur das komponierte Material, was wir dann möglichst perfekt versuchen vorzutragen oder schön vorzutragen, sondern das Material, was da ist, wird sehr stark von uns im Moment interpretiert. Und durch unser Duo sind wir da sehr agil und nur zwei Komponenten sozusagen, zwei Spieler, die sich die Bälle hin und her werfen. Und das kann dann in ganz andere Richtungen gehen, das ein und dasselbe Stück. Und je öfter wir es spielen, umso weiter, entwickeln wir es immer weiter sozusagen. Also es gab schon viele lustige Momente auf Tour. Passieren ja auch vor allem, wenn man zum Beispiel in Asien auf Tour ist und dann die Sprachbarriere da ist und man sich zum Beispiel gar nicht auskennt, wenn man in China unterwegs ist und die Schilder nicht lesen kann und die Sprache nicht versteht und keiner Englisch spricht und so. Da passieren natürlich immer sehr witzige Sachen. Aber gerade wenn ich an Asien denke, ich war einmal in Südkorea auf Tour und das Lustigste war dort eigentlich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sind total ausgerastet, nachdem wir gespielt haben und sind dann unserem Bus hinterher gerannt bis zum Hotel und wollten Autogramme haben. Das war sehr, sehr, sehr witzig, dass die wirklich, und das war nicht eine kurze Fahrt mit dem Bus, es war sehr viel Verkehr, deswegen der Bus war nicht schnell, aber da sind einfach echt 50, 60 Menschen dem Bus hinterher gerannt, nur um noch irgendwelche Autogramme von uns zu bekommen, was in Deutschland völlig undenkbar wäre als Jazzmusiker. Das war ein sehr, sehr lustiger Moment und wir haben uns da eigentlich total kaputt gelacht und konnten das gar nicht so richtig ernst nehmen. Aber das war zum Beispiel ein sehr, sehr guter Moment in Korea. Ja, in China habe ich was Ähnliches erlebt da. Da stand so ein sehr alter Mann vor der Bühne. Der wäre auf jeden Fall so jemand, der hier dann so steht und sagt, ist zu laut, ist zu laut. Und der hat einfach beim Schlagzeug Solo die ganze Zeit so getanzt und dann waren auch, ja, dieses Autogramme geben, auch aufs T-Shirt unterschreiben lassen und so, das gab es ganz viel. Es war schon lustig, wie anders das auch in anderen Ländern aufgenommen wird, wenn man Jazz oder Verwandtes macht. Gerade in Asien ist das dann nochmal anders. Dolle und Rappe auch Ringpferde. Genau, ganz genau. Wir Freusten fahren, Halleluja, hätte ich jetzt gedacht. Ja, genau. Das ist schon besser. Also das, was ich gerade gesagt habe, war Dolle und Rappe. Das ist so wie Tom und Jerry, isländisch so eine Kind, sind so zwei Kinder Filmfiguren und Ringpferde ist, wenn man praktisch einmal ums Land fährt, auf der Bundesstraße und also praktisch Dolle und Rappe auf der Rundreise und so. Das wäre eigentlich lustig vielleicht. Ich war, ich habe natürlich, war noch nicht persönlich auf dem Festival, aber ich bin schon sehr gespannt zu sehen und hören, wer dann noch alles dort auftritt sozusagen. Und ich finde es toll, dass es ein Festival gibt, was sich sozusagen in der Musik, also in dem Norden in Skandinavien verortet und diese Musik darstellt im Rahmen von einem Festival. Das finde ich super. Und Teil dessen zu sein, auch wenn man nur ein Halb-Isländer ist, ist auch sehr schön von uns. Zusammen sind wir ja einer, dann geht es doch. Zusammen sind wir einer, das zählt. Ja, und unsere Musik passt wahrscheinlich dann auch von der Ästhetik her ganz gut in das, was man sich dann da vorstellt unter nordischem Klang. Und deswegen bin ich gespannt auch, wer dann noch so da ist und genau, wen man so kennenlernt und wie die Reaktionen da sind, dann vor dem Fachpublikum sozusagen, was sich da dann auskennt, schon seit Jahren in dieser Musik. Das wird bestimmt schön. Dass wir herkommen zu so einem Konzert. Vielleicht. Ganz einfach. Ja. Weil es wird auch jetzt im Sommer, glaube ich, in Weichen dauern, bis das so langsam anfängt. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Dom natürlich eine gute Chance haben, dass da auch ein paar Leute sein können, je nachdem, wie es sich entwickelt. Also, da gehe ich eigentlich mal von aus. Reduziert natürlich, aber eigentlich im August müsste es ja klappen. Ja, wo man wieder unterwegs ist, ne? Leute, viele Leute gespielt. Ja, wir haben ja jetzt sehr wenig gespielt, einfach auch im letzten Jahr. Und dann ist so ein Auftritt natürlich was ganz Besonderes, wenn man dann da irgendwie auch Köln mal verlässt wieder und wohin reist zum Spielen und dann genau da ein Konzert im Dom geben. Ich stelle mir vor, dass die Akustik da auch sehr besonders sein wird und dass man da wahrscheinlich auch mit unserem Duo den Raum mit Sound füllen kann. Und da freue ich mich dann drauf, dass ich das nicht wie sonst hier jetzt gerade in meiner Übelkabine, in der ich gerade sitze, auf vier Quadratmetern mache, sondern in einem Dom und meinen Sachsen-Sound endlich mal Platz hat, in jede Ecke vorzudringen und das mit Lars zusammen zu machen. Das ist natürlich ja jetzt so ein Highlight dann im Sommer, ja, weil jetzt einfach auch so wenig los war und dann sticht so ein Konzert auf so einem Festival natürlich total heraus und da freut man sich dann schon. Ich habe mich jetzt auch schon auf Mai total gefreut und war dann natürlich wieder so ein bisschen traurig, dass es ausgefallen ist. Aber umso mehr dann im Sommer, im August da zu spielen und einfach schon mit Vorfreude da hinzufahren, die lange Reise zu machen, das stört dann überhaupt nicht, dass man da lange unterwegs ist, sondern mit jedem Meter, den man sich nähert, freut man sich mehr dann endlich in meinem Fall jetzt ins Saxophon zu pusten und da den Dom mit Sound zu füllen und dass andere Leute dann auch noch daran teilhaben können, wäre natürlich sehr, sehr gut.